Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es ganz gesundes Essen. Eine leckere Suppe mit Brennsel und Gersche und noch alles andere was da noch alles reinkommt. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß beim Video anschauen und ich wünsche es euch, dass ihr diese Suppe nachkocht, weil sie so lecker ist. Folgende Zutaten habe ich jetzt für diese Suppe vorbereitet. Ungefähr so zwischen 300 und 350 Gramm Kartoffeln, zwei Eier hart gekocht, die habe ich schon klein geschnitten, eine Zwiebel auch klein geschnitten, eine so kleine Paprikaschote, muss nicht unbedingt sein. Und eine große Möhre habe ich auch grob gerieben. Anbraten kann man mit Butterschmalz, aber als Veganer könnt ihr auch Öl nehmen und mit Öl anbraten, weil diese Suppe kann man komplett vegan kochen. Habe ich jetzt meine Gemüsepaste wieder neu zubereitet, werde die hier anwenden. Und natürlich Salz, Pfeffer, Paprika Edelsüß kann man damit würzen. Und als grüne Suppe brauchen wir natürlich grüne Kräuter oder Gemüse kann man sagen, weil Giersch gehört sich zum Beispiel zu Gemüse. Ich habe jetzt mir aus dem Garten alles gebracht. Es ist ökologisch wirklich sauber. Abgewaschen und werde jetzt nur die Blätter nehmen. Die Stiele von etwas, jetzt schon erwachsener Pflanzen, bisschen hart. Wenn es jetzt ganz im Frühjahr kommt, die nur jüngere Blätter von dem Giersch, die kann man zu nehmen, dann sind die schön zart und saftig. So, ich werde jetzt den Gierschblättern, den Brennnesselblättern, richtig Blätter abmachen, weil die Stiele wirklich jetzt schon hart. Und am besten den obersten Teil von dem Brennnessel nehmen. Ja, als unten ist es, als harte sind die und fester sind die die Blätter. Natürlich, Gemüseprennnessel ist am schönsten, aber den Brennnessel und Giersch kann man wirklich über ein ganzes Jahr nehmen, solange wenn er vorhanden ist. Erstmal bereiten wir jetzt alle Blätter vor, auf den Sieb und dann zeige ich euch es weiter. Am besten Handschuhe anziehen, dann wird das nicht brennen. So, den Brennnessel und Giersch habe ich alles aussortiert, alles abgeschnitten. Es ist ungefähr so viel habe ich jetzt für die Suppe. Koche ich aber in kleinen Topfchen 2 Liter Suppe, nur für uns zwei Personen. Deswegen mache ich auch nicht viel. Jetzt werden wir diese ganze Kraut klein schneiden, wie es wir für die Suppe wollen haben. Und werden wir das alles mit dem heißen Wasser übergießen. Dann wird das jetzt bekäumlicher für die Magen. Kraut wird noch besser verdauerlich und nicht so hart. Mit dem ganz jüngeren Kraut muss man das nicht machen, aber das ist jetzt etwas schon älterer. Deswegen lieber die mit heißem Wasser machen. So, und gebe in die Schüssel. So, haben wir jetzt klein geschnitten und jetzt geben wir einfach kochendes Wasser aus dem Wasserkocher oben drauf. Nur so kurz sozusagen blanchieren. So, lassen wir es mal kurz an der Seite stehen. Danach brauchen wir nur auf den Sieb geben. Und ich habe auch noch Sauerampfer gehärntet und nehme mir ein bisschen von Sauerampfer auch. Der Sauerampfer aber geht schon zum Schluss, wenn die Suppe fast fertig ist. Sozusagen in letzten zwei, drei Minuten. Davor nicht, weil der Sauerampfer hat viel Säure und wenn wir gleich am Anfang mit reingeben, dann wird unsere Kartoffeln wirklich sehr hart. So, den schneide ich auch einfach so fein und gebe einfach so eine Hand voll von dem Sauerampfer. Es gibt Geschmack und auch natürlich Vitamine. Und ja klar, es wird alles gekocht, es wird alles heiß, aber trotzdem, alle Vitamine werden die nicht kaputt. Es bleibt schon was üblich. Aus dem Sauerampfer kann man auch leckere süße Piroge machen, wenn man die Sauerampfer schneidet in den Quark und füllt damit die Piroschke. Das schmeckt auch sehr sehr gut. Wo meine Kinder klein waren, die haben das geliebt. So, das wird dann schon reichen. Für zwei Liter Töpfchen muss man nicht viel rein machen, sonst wird das zu sauer. Das Rest kann man anfrieren oder in den Beutel jetzt rein machen, so feucht und in den Kühlschrank liegen. Es wird auch zwei, drei Tage im Kühlschrank im Gemüsefack gut halten. Und außerdem, ich habe auch ein Video, wie kann man auch den Sauerampfer haltbar machen. Oder wird man ihn einfach im Salz anlegen, so wie es macht man mit dem Gemüsepaste, wird er auch halten. So meine Lieben, wir haben jetzt alles vorbereitet. Jetzt können wir in den Herd gehen und unsere Suppe kochen. Was ich könnte kurz noch sagen, als Info, es ist wegen Giersch oder auch Bremsen, den kann man auch gut trocknen. Und zum Beispiel in eurer Mischung für die Salate. Ich habe zum Beispiel mir schon genug getrocknet und in die Salate mal Mischung reingemacht oder einfach so eine kleine Döschen mir gemacht, was ich zum Beispiel im Winter dann kann über die Salate oder in die Suppe, da wo ich gerne möchte, nur Giersch haben, dazu geben. Das ist einfach ein kleines Info, einfach Vorrat für Winter machen, weil im Winter haben wir dann dieses, diese Gemüse nicht. Und es ist schön im Winter auch sowas zu haben. So, jetzt gehen wir ans Herd. Wie gesagt, ich nehme ziemlich kleinere Tropfen, es ist nur 2 Liter bis dahin, so 2,5 Liter. Ich mache mit dem Butterschmalz, deswegen gebe ich so ein Stückchen Butterschmalz, sonst kann man wie gesagt mit Öl anbraten. Als Erste geben wir dann Zwiebeln. Dann braten wir erstmal kurz Zwiebeln ein, dass es eine gute Aroma liegt und danach gebe ich noch 1 so ein Dessertlöffel von der Gemüsepaste und auch ein bisschen so anschwitzen lassen. So schaut, es wird schon kurz angebraten, geben wir da jetzt 1 so ein Dessertlöffel Tomatenpaste nach Geschmack. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr sie nicht reinmachen. Es ist etwas bisschen Geschmack, aber auch in die Farbe dann geht das rein, von der Suppe. Es muss auch nicht viel sein. So, als nächstes kommt dann die Möhren. Mein Herz steht auf die mittlere Hitze, nicht ganz heiß, weil wir haben kaum Fett in die Pfanne und dass es uns nicht anbrennt, lieber etwas langsamer braten. Die Möhre gibt dann ihre Saft. Durch das Gemüsebrühe, das da Salz ist, lädt ihr schneller Wasser und schaut, wird schon gut. Jetzt gebe ich Wasser aus Wasserkuchen, warmes Wasser, aber nicht viel. So ungefähr 1 Liter erstmal, weil Wasser können wir immer noch dazu geben, aber wir haben noch Gemüsebrühe, welche müssen da rein. Und dann kommt jetzt gleich die Kartoffel. So, Wasser habe ich abgesiebt. Jetzt können wir natürlich Hitze höher stellen und lassen wir jetzt mit unsere Kartoffeln ungefähr 5-6 Minuten erstmal köcheln. So, es sind jetzt 6 Minuten vergangen, unsere Suppe kochen. Jetzt geben wir abgetropfte Girsch und Brennsel rein. Und lassen wir weiter unsere Suppe so lange kochen, bis das wie probieren, nach den Kartoffeln und Kartoffeln gar ist. Das wird ungefähr so 10-12 Minuten noch dauern. So, 12 Minuten krocheln unsere Suppe noch. Und ich habe schon mal kurz probiert, denn Kartoffeln ist wirklich schon gut. Schaut. So, jetzt brauchen wir nur unsere restlichen Zutaten reinmachen. Das ist die Paprika. Wie gesagt, nach Geschmack. Das muss auch nicht sein, aber ich hatte eine im Kühlschrank und dachte, schnippeln die rein. Und ich mag Paprika zum Schluss dazu geben, dass sie nicht zu toll weich wird. Wenn ihr möchtet, dann müsst ihr etwas Paprika reinmachen. Dann kommt auch schon unser Sauerampfer. Und der Sauerampfer fällt wirklich sehr schnell zusammen und dann merkt man kaum, dass der Sauerampfer ist. Das ist nur Geschmack. Und dann schaut ihr bitte nach der Konsistenz von der Suppe. Jetzt, wenn ich das sehe, ist es wirklich etwas zu dick. Deswegen gebe ich einfach kochendes heißes Wasser aus dem Wasserkuchen. Nicht in kaltes Wasser reinmachen. Weil dann den Kochvorhang fällt gleich runter, muss es lange bis das es wieder aufkocht. Lieber gleich heißes und dann kocht es einfach weiter. Und diese Suppe natürlich könnt ihr auch mit Fleisch kochen. Bei mir heute ist vegetarische Variante. Aber diese Suppe kann man vegetarisch, mit Fleisch oder sogar vegan kochen. So, dann kommt jetzt noch die Eier rein. Und dann probiert ihr. Nach Geschmack, nach Salz. Würzen wir gleich. Schaut, wie toll sieht unsere Suppe. Da will man doch gleich essen. Gebe noch ein bisschen Kräuter, in meinem Fall Petersilie und von dem Knoblauchgrün. Dann Pfeffer. Wenn ihr möchtet, kann man auch ein bisschen Chili dazu geben. Ich gebe Paprika Edelsüß. Und ich habe es probiert. Es fehlt ein bisschen Salz. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Salz. So, aufkochen. Und dann kann man den Herd ausmachen. Und die Suppe ungefähr so 10 Minuten ruhen lassen. Einfach im Topf. Und danach kann man schon servieren. Schaut denn. Was für so eine gesunde Suppe haben wir uns heute gekocht. Sehr lecker. Kommt raus ein bisschen Rennselgeschmack. Auch von dem Saueranfang auch Geschmack. Schmeckt wirklich sehr lecker. So, es kocht. Ich decke zu und mache mein Herd schon aus. Und lassen wir 10 Minuten einfach auf dem Herd hier ruhen. So, meine Lieben. Es ist soweit und wir können unsere Suppe servieren. Schaut, wie toll sieht das aus. Richtig toll. Es schmeckt auch sehr lecker. Duftet. Der Saueranfang gibt richtig schönen Duft. Mhhh. Schaut. So eine gesunde und leckere Suppe. Wie sagt man, alles gesunde ist. Schmeckt es nicht. Doch, das schmeckt. Es ist gesund und schmeckt so so lecker. Dazu kann man, wenn ihr mögt, auch ein bisschen Creme Fraiche oder ein Schmand. Oder was ihr da gerne möchtet dazu servieren. So, liebe Freunde. Bei mir heute ist alles. Wir haben uns leckere Suppe zum Mittagessen gekocht. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.